Hallo und willkommen zurück zu meiner neuen Runde Fortnite Battle Royale. Heute in der Season 11. Ich weiß, es kamen lange keine Videos. Wir sind in der Season 11 und ich habe mir den Battle Pass nicht gekauft. Und wir machen heute eine Challenge. Wie ihr wisst, wahrscheinlich haben das schon alle gehabt, dass es nämlich so ist, dass es jetzt ist, dass es eine Slurpfabrik gibt. Wir versuchen heute, da gibt es so kleines Wasser, das euch immer wieder geben, heute so lange in Sturm zu überleben, wie es geht nur. Und ja, dann ab geht's mit der Challenge. Und wenn ihr noch mehr Challenger in der Season 11 sehen wollt, z.B. wir dürfen nur Fischloot benutzen, mit der Angel z.B. oder. Ja, dann könnt ihr euch gerne mal in die Kommentare schreiben. Lenny ist halt auch nicht leider dabei. Ja. Ach du heilige Scheiße. Das hier ist die Slurpfabrik. Ich hoffe nicht, wir kommen jetzt in die Zone. Das ist die Slurpfabrik und dieses blaue Wasser da hinten, das ist Heilwasser. Also es gibt das Schild die ganze Zeit und so. Und da könnt ihr euch reinstellen und ihr kriegt immer wieder Leben dazu. Und die Challenge ist einfach, wir müssen überleben. Wir dürfen hier Sachen benutzen. Wir dürfen die Leute töten, bis alle da aus diesem Dorf sind. Wir dürfen Fischloot benutzen und so. Und falls ihr die Challenge auch mit Lenny oder mit anderen Leuten sehen wollt, dann lasst euch gerne mal ein Like, Daumen, Abo. Und ja. So viele kommen hier gar nicht hin. Ihr seht, ich habe in dieser Season auch schon gewonnen. Schon eigentlich mehrmals. Und es gibt jetzt auch Bots, das habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass es Bots gibt. Die sind irgendwie mega scheiße. Ich weiß nicht, warum die so schlecht sind, aber die sind schlecht. Wahrscheinlich sehe ich schon kaum, ich sterbe gleich sofort. Und äh, kann nichts mehr nach den Granaten nehme ich mit, weil dann keine Leute aus dem Gebäude locken. Hier sind gar nicht so viele hingeflogen. Äh, hier hat einer aufgebaut. Matkit. Der ist so wichtig. Hier ist so wichtig. Was war mit dir los? Da stand irgendwie auf Color. Ich könnte jetzt einfach so easy gesniped werden. Ich spiele übrigens auch das Wettspiel immer. Okay, wir sind am Wohl. Alter, ich habe so wenig Nils. Und gerade für die Feind hier, brauche ich die mehr jetzt. Wo sind denn die ganzen Leute? Leute! Leute von heute, kommt mal her! Ähm, da wird mein Urteil im Hintergrund. Weil ich ja auch noch Kind bin. Ist ja logisch. Dann brauche ich auch noch so eine Sprache. Dieses Wasser hier gibt euch hier. Braucht nicht eigentlich eine Angel. Und so viel Fisch wie möglich. Gehe wahr. Und so. 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 Jetzt kommen wir da. Hauptsache erst mal weg, Alter, Liga. Guck mal, wenn man das abbaut, kriegt man 10% Schild dazu. Und was brauche ich denn jetzt noch mit den Waffen? Ich nehme nur diese zwei mit. Ich brauche eine Angel, Alter. Gib mir eine Angel. Alles klar. Ich habe hier sowas von mir gewascht. Oh, ich habe eine Angel. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Okay. Witziger, Alter, lass den Sturm kommen. Gut. Okay. Hä, ich hab, Leute, ich hab den noch getroffen, ihr habt es doch gesehen, oder? Helga, er macht auch diese Challenge. Okay, Leute, macht mir mal ein Match bereit, wegen dieser Runde lief nicht gut. Helga, das ist auch ein Schwitzer, Alter, Helga, das ist ein Schwitzer, das ist ja tausend, Alter. Weil man sich mal denkt, Alter. Ja, Digga, da macht safe diese Challenge, Alter. Aber das ist auch so komisch, ich denke so, da ist kein Gegner mehr und dann kämpft da einfach in diesem blauen Wasser. Alter. Ich hasse ihr Kämpfer. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gekämpft und schon mal gecheatet und gehackt habt. Ihr wisst nicht, wie viele Leute ich heutzutage schon melde, aber jetzt cheaten und hacken. Ja, nun fliegt das mal in der Luft in Season 11, es war die beste Starter des Jahrhunderts. Und ja, wenn ich mal wüsste, okay, die Fabrik ist direkt am Anfang. Und es heißt jetzt, dass ihr auch… Hä? Ich kann nicht fliegen! Hä? Das war ja gerade ein komischer Bug. Leute, habt ihr das gesehen? Nein. Nein. Let's go, man. Und falls ihr mehr mit Lenny und mir sehen wollt, Lenny… Ach du heilige Scheiße. Und wenn Lenny öfter in unserem Video sein soll, dann lass doch gerne mal ein Like da und schreib es in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob Lenny auch online gerade ist. Okay. Ich weiß gar nicht wirklich, ob Lenny auch online… Okay, mein AIM versagt ja… Ich hab den nicht ge… Ich hab den nur gepiegelxt, Alter. Ich hab den einfach niedergepogelt. Das war dieser Bot. Davon krieg ich echt in letzter Zeit nicht so viele. So in echt sagen… Letztens hab ich die mega Schwitzer bekommen, Alter. Das hat mir gar nicht… So gar nicht gefallen. Tja… Liegt doch jemand auf dem Tactical? Ich möchte diese… Ich hab von da oben Falsch haben bekommen. Wie den Dastis bekommen? Den alten Dastis hab ich doch auch können. Ja… Ja… War ne lange Runde. Also… Wartest viel Glück. Verband ist mega wichtig, Alter. Noch mehr Verband ist mega wichtig, Alter. Noch mehr Verband ist mega wichtig, Alter. Aber… Seht ihr? Ja… Ich weiß schon, da ist auch schon… Die sind doch safe dahinten… Oder so… Die sind doch safe dahinten… Wir sind in der Zone. Leute, dann spielt ihr jetzt auch Winner. Alter, Mann. Dann sind wir jetzt schon mal in der Zone. Jetzt spielt ich einfach auch Winner. Das ist mir jetzt egal, Alter. So… Dann seht ihr vielleicht… Ne, ich bin schon Sieg vielleicht. Wenn ich mal hier ne Tactical finde und… Okay. Ja, ich hab's schon mal ab. Okay. Ja, ich hab's schon mal ab. Boah. Bruder. Jetzt, wie viele sind denn hier gelandet? Zehn Stück? Tausend Stück oder wie? Boah. Alter, Bruder muss los. Bruder muss los. Bruder muss los. Bruder muss einfach los. Ich hab ein Schild, Alter. Der hat mich so kassiert, Alter. Ja, jetzt auf ein verdammtes HP fehlt. Der spielt jetzt auf Winner, Leute. Der spielt jetzt auf 4 knackige Kills. Ich bin auf jeden Fall schon besser geworden auf der Switch. Das könnt ihr mir nicht zugeben. Das könnt ihr mir selbst zugeben, weil es… … Oh, Digga. Ich will doch diese Boombox nicht mehr haben. Wie kann man die gar nicht loswerden? Wie kann man die gar nicht loswerden? Mal, Alter. Ich kann die nicht mehr droppen. Jetzt endlich mal, Alter. Verdammt den Müll. Scheiße. Ich will jetzt mal wieder ein bisschen Schild auffüllen. Ich spiele zeitlos. Ich spiele jetzt auf Winner, Alter. Ich spiele jetzt auf Winner, Alter. Jetzt hole ich mir hier noch Komplett Cheat. Guck mal, hier ist ein Wasserfall. Da hat man voll Komplett Cheat die ganze Zeit bekommen. Und jetzt bekommt man die Komplett Cheat mit mir. Und jetzt ist wohl der spannendste Gameplay. Einfach zu sitzen und warten. Ich habe ja nicht mehr eine Maschinenpastole. Achtet mal auf mein Inventar. Wo habe ich da eine Maschinenpastole verdammte? Achso, den ist schon vorher. Ähm. Okay. Ich glaube, ich check mal den Nootrop da ab. Hinten. Hinten. Gill. Ein einzelner, der eine Golden Skar rauskommt. Kann natürlich jetzt gesnabt werden. Das will ich überhaupt nicht. Boah. Mad Kit. Verband oder Mad Kit. Alter, das ist so schwer, ne? Der. Der. Das dauert so lange, verdammt lange. Dieser verdammte. Mhm. Ja, meine Shotgun ist so schlecht, Alter. Ich habe ja nicht mal eine Maschinenpistole. Ich brauche eine Maschinenpistole. Langsam mal. Leute, ich habe eine goldene Snapper rausbekommen. Echt nice auf jeden Fall. Also ich feiere diese neue Snapper. Ich habe damit einmal einen Ring geholt und die Snapper ist einfach krank. Wir spielen jetzt auf Rin, Leute. Weil wir waren in der Zone dieses verdammte Dorf. Vielleicht. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, das Video. Weil, ähm, wir, ja, ich will diese Challenge mit euch durchziehen. Halt. Ich habe sie noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie sie ausgehen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch einen Rhin holen mit diesem Loot. Minis. Leute, Minis oder Mad Kit? Schaut mal jetzt. Die kommen drauf. Ich nehme die Minis mit. Das juckt. Das juckt's, Alter. Manche Gegner haben ja eh manchmal Mad Kit dabei. Okay, wir fliegen jetzt über die halbe Map. Ich sehe noch nicht. Äh. Äh. Der will uns doch verarschen, Digga. Was will denn damit? Bro, Digga, Bro, was war deins hier gerade? Der schießt ja auch nicht mehr, ich glaube der kommt gerade zu mir. Hier muss jetzt noch ein bisschen unbedingt drin sein. Sonst will ich... Okay, diese Werkbank ist wichtig. Äh, ich hebe mir lieber... Tag... Krieg ich ne blau? Äh... Ja... Vom... 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 Wegen... Digga, vom wo schießt der? Ja... Ja...